Hey Leute, wir sind das Jugendhaus Bubbles. Und mit diesem Video wollen wir uns mal heute vorstellen. Ihr findet uns in der Frauenstraße 13 im Viertel. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach mal vorbeikommen. In unserem Kickerraum könnt ihr Kicker spielen oder einfach nur abhängen. Bei uns könnt ihr Spiele wie oder Computer spielen. Und bei uns gibt es was zu trinken und ihr könnt euch Snacks kaufen. Bei uns gibt es auch eine Tischtennisplatte und eine PS4. Und da könnt ihr auch zocken, wenn ihr Bock habt. Wer gerne tanzt, kann auch gerne in den Tanzraum gehen und ein bisschen mit euren Freunden danzen. Wir haben auch eine Küche, wo wir regelmäßig kochen. Und wo wir auch gemeinsam ein Riesenfestival machen. Falls ihr noch mehr von uns wissen wollt, dann kommt gerne mal vorbei. Ihr findet uns in der Frauenstraße 13 im Viertel. Genau gegenüber von Hardenberg Gymnasium. Bis dann!